Yo Leute, was geht? Ich bin's, euer NoHand. Mit dabei ist MrXD, grüß dich raus. Hast du eigentlich auch nen Namen? Ja. 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 Heute ist Teil 2 von Süßigkeiten verteilen. Mann, ich hab einfach diese deutsche scheiß Sprache verleert. Wir verschenken an Halloween ein paar Süßigkeiten. Wollt ihr was? Nee, danke. Okay. Na gut, dann schönen Tag noch. Soviel zum Thema, die nehmen was. Gerne. Wollt ihr was? Willst du was, Hannes? Ja. Ja, greif ruhig rein. Ja, das ist aber ein netter Service. Ja, das ist ja. Natürlich. Schönen Tag noch. Leute, ich hab grad was herausgefunden. Nehme ich ja dieses Fahrrad hier auch ne Klinge. Das ist irgendwie... Irgendwie ne geile Klinge. Feier ich. Weil heute Halloween ist, verschenken wir ein paar Süßigkeiten. Okay, dann schönen Tag noch. Hm, wollen sie was? Ja, klar. Ja, da können sie ruhig mal zugreifen. Darf ich zwei? Ja, drei, vier, fünf. Okay, let's go. Offroad Action mit mega krassen City-Bikes. Oh, Digga. Oh. Digga. Okay. Junge, die Süßigkeiten fliegen hoch und runter. Das ist geistenskrank. Wir verschenken an Halloween ein paar Süßigkeiten. Wollt ihr was? Nee, danke. Okay, schönen Tag. Hallo. Weil heute Halloween ist, verschenken wir ein paar Süßigkeiten. Wollt ihr was? Woher kommt ihr? Wir kommen hier aus Berlin. Nee, aber warum verschenkt ihr? Ja, warum nicht? Ist doch lustig. Ach so. Ja, das macht uns Spaß. Wir wollen den Leuten eine Freude einfach machen. Okay, dann schönen Tag noch. Ja, gerne. Wir verschenken an Halloween ein paar Süßigkeiten. Wollt ihr was? Ja. Ihr wollt nicht? Nein. Okay, schade. Wir verschenken an Halloween ein paar Süßigkeiten. Wollt ihr was? Hm. Kannst doch mehr an hier von mir aus. Diabetes für alle. Halloween ist, verschenken wir Süßigkeiten. Wollt ihr was? Klaro. Ja, Leute. Und das Besondere am heutigen Video ist, dass ich mich eventuell mit Knatter Crew treffen werde. Die machen heute um 17 Uhr ein Rideout. Aber ich habe mit Ongi geschrieben. Vielleicht sehen wir uns schon auch ein bisschen früher. Und Knatterli hat ja immer gesagt, dass sie Hunger hat in jedem Video. Ich zeige euch mal ganz kurz einen Stream-Ausschnitt. Das ist irgendwie nur 50% Motorblock. Die anderen 50% geht so ums Essen. Habe ich das richtig verstanden, Chef? Wann ist der in der Döner-Lahn da? Ich weiß nicht warum, aber mir ist wirklich gerade schlecht vor Hunger. Ich schicke dir jetzt ein Bild hiervon. Und jetzt kann ich ihr endlich hier was geben, dass ihr ein Video lang mal keinen Hunger hat. Das wäre natürlich nice. Weil heute Halloween ist, verteilen wir Süßigkeiten. Wollt ihr was? Nee, danke. Niemand? Ich auch nicht? Okay, schade. Schönen Tag noch. Ich betäube meine Sinne. Ich betäube meine Sinne. Ich betäube meine Sinne. Ich betäube noch nicht gegen meine Sinne. Das Ding ist, wenn eine ne danke sagt, dann können alle automatisch auch nichts nehmen. Es ist halt so. Leute, ich bin gerade mit dem Ding hier Treppen gesendet, aber da war die GoPro leider aus. Hallo. Bei euch Halloween ist, verschenken wir Süßigkeiten. Freuen Sie was? Nee, danke. Okay, schade. Dann schönen Tag noch. Willst du ein Foto von uns machen? Mit deinem Handy? Mit deinem Handy? Für deine Galerie? Kein Problem. Komm, wir gehen nochmal zurück und schenken den Süßigkeiten. Junge, das war ja anders Cringe. Wieso hast du die gefragt, ob die ein Bild von uns machen sollen? Weiß ich nicht. Einfach so. Weil die hat ja so ganz gespannt Fotos gemacht. Das ist eine Touristenattraktion. Entschuldigung. Weil heute Halloween ist, verschenken wir Süßigkeiten. Wollen Sie was? Nee, du das lieb, danke. Okay, schön sind's noch. Du das lieb, danke. Hallo. Weil heute Halloween ist, verschenken wir Süßigkeiten. Wollen Sie was? Ja. Kann man noch zwei nehmen? Na gut. Darf man? Natürlich. Dankeschön. Gerne. Oder lass mal die Motorradfahrer fragen. Jungs, weil heute Halloween ist, verschenken wir Süßigkeiten. Wollt ihr was? Warte, du hast ein GoPro dran. Ja, normal. Hier, abchecken Digga, ja. Nice. Ja gut, dann viel Spaß euch. Ciao. Ja, danke. Ey Mädels, wollt ihr Süßigkeiten? Wegen Halloween verteilen wir's. Du auch nicht, Süßigkeiten? Nein, danke. Okay. Digga, ich glaube das ist nicht die beste Methode, wenn man sagt, ey Mädels, wenn ihr diese anquatscht. Wir wollen auch nur unsere Süßigkeiten loswerden. Sorry, weil das Halloween ist, verschenken wir Süßigkeiten. Willst du was? Nee, nee, danke. Okay, tschuldigung. Ja, ich weiß auch nicht. Wollen wir da mal in die Runde reinfragen? Weil heute Halloween ist, verschenken wir Süßigkeiten. Wollt ihr was? Ja, ich schon. Ja, greift ruhig zu. Cool. Was? Die klauen unsere Idee. Knatter Crew verteilt auch Süßigkeiten. Ey Leute, ich bin gerade in der Knatter Crew Story. Seht jetzt gerade. Die klauen einfach unsere Idee. Das ist Fake. Okay Leute, auch wenn die Knatter Crew jetzt das gleiche Anschein macht. Ich wette, dass wir mehr verteilt haben als die. Wir haben ja irgendwie 50 Leute oder so angesprochen. Ja. Das war ja ganz krank. Ich verstehe. Ey! So Leute, da drüben ist die liebe Knatter Crew. Geil Mann. Entschuldigung der Herr, möchten Sie Süßigkeiten haben? Verpissen Sie sich hier, okay? Ey, ich will treffen. Nein! Hier, freut ihr? Ja. Was geht, alles gut? Ja, bei dir? Ich dachte du hast keine Hände. Achso, wegen No-Hand. Ja, nochmal. Alles gut. Oh, es geht Spaß. Alles gut? Boah, dein Pullover triggert mich ja hart. Wie? Mach mal kurz den Arm lang. Was steht denn da? Mach mal kurz so, jetzt geh mal weiter weg. Das tut mir voll in den Augen weh. So, ich werfe jetzt Kinder ab. Nehmen bei euch die Leute die Süßigkeiten an? Ne. Wir fahren seit 11 Uhr rum und versuchen irgendwie loszuwerden. Ne. Wir wären auch gar nicht so gut. Wir haben sogar so schön verpackt und so. Wir haben Schneebälle gebastelt. Ich wollte dich auch grad fragen, ob du uns helfen willst, dich mit zu verteilen. Soll ich machen? Halt auf, hallo, was geht? Entschuldigung, wir verteilen zu Halloween Süßigkeiten. Darf ich Ihnen was anbieten? Ja, klar, gerne. Ja, klar, gerne. Danke. Ja, sie können auch. Hier. So Leute, weil die hier niemand nehmen will, verstecke ich jetzt einfach die Süßigkeiten. Hörst du mir zu, was ich rede oder was? Nimm es einfach nach Hause mit und isst selber vertronnen. Bringt nichts. Entweder die Leute müssen dich kennen und nimm es an. Ja. Oder einfach Pech so. Guck mich mal. Sehe ich auch so, als würde man mir vertrauen? Ja, schon. Guck mal meine Tüte an. Arabische Schrift, Digga. Die denken, ich bin irgendwie eine Organisation und verteidige. Weiß schon. Nice. Kacke. Sieht ja auch wie Kacke aus, ne? So ein bisschen. Willst du was sagen zu den lieben Leuten auf YouTube? Warte, ich sehe mich ja selber. Sehe ich gut aus. Nase ist ein bisschen schief. Aber das passt schon. Passt schon, ja. Was soll ich da sagen? Abonniert einfach den lieben NoHand. Hey Natalie, du sagst in jedem Video, dass du Hunger hast. Deshalb schenke ich dir das jetzt hier. Das ist sehr schön. Das erfreut mich. Ja, mich auch. Eigentlich keine Schokolade. Ja, egal. Einmal nur Döner, ne? Wollen wir noch ein Foto machen? Genau. Ich lächle immer, obwohl ich den Helm auf habe. Keine Ahnung. Hau rein, ne? Ciao. Tschüssi. Hau rein, Digger. Ciao. Ich nehme mich sowieso noch irgendwann mal auf Sozius mit. Alter, das wäre so geil. Aber mal gucken, wann. Ich glaube, bis jetzt wird es zu kalt so, aber machen wir irgendwann. Wäre sehr, sehr nice. Am besten Autobahn, 300. Ja, safe. Und dann pflege ich vom Sozius, ne? Darf ich noch eine Sache machen? Darf ich einmal Gas geben? Kleines Kind, hier, mach. Oh, Junge. Oh, Digger. Das ist brutal. Ist schon feinig genug, dass wir so ankommen. Egal, hol rein. Also, ich bilde mir auch gar nicht auf meine Abonnentenzahl oder Klickzahl oder so ein. Weil bei YouTube ist es so, du bist den einen Tag fame, jeder kennt dich. Und auf den anderen Tag interessiert sich niemand mehr für dich. Also, das Game ist so schnelllebig. Deshalb bilde ich mir da gar nichts drauf ein. Ich bin ja jetzt auch kein krasserer Mensch als andere oder so. Ja. Nur, nur, weil ich YouTube-Videos mache. Kuss geht raus an Knatter Crew. Und Oggi, wenn du das siehst. Ich freue mich, wenn du mich irgendwann, wenn es wieder wärmer wird, auf dem Sozius mitnimmst. 300 kmh Autobahn, du weißt Bescheid. Hey. Alter, cool. Jawoll. Jo, was geht? Alles klar bei euch? Hast du die heute gespielt? Ja, ja, ich bin Nohand. Ah, okay. Der Bike sieht richtig geil aus, so in real life auch. Die Folierung. Ja, die kommt immer besser in real life als auf den Fotos. Na gut, Jungs. Macht's gut, ja. Bis dann. Und beide hintereinander, das war ein Abstand von 20 Minuten. Motorvlog Germany am Stück getroffen. Und der wird überfahren. Kann man hier runterspringen? Jungs, wir haben Süßigkeiten zu verschenken für euch. Komm hier. Gönn dir, Digga. Willst du? Ja, klar. Gönn dir. Warte, warte, warte. Wir müssen alles loswerden. Wir fahren seit 11 Uhr rum und niemand will das Zeug. Hier. Können wir gleich noch ein Foto machen? Ja, können wir alles. Willst du? Ja. Willst du noch schön ein Foto machen? Ja. Ja. Stabil. Ja, viel Spaß euch. Wir fahren nicht mit. Hier, also Leute, jetzt sind wir viele Süßigkeiten losgeworden. Auf jeden Fall. So, den Rest können wir jetzt selber aufessen. Ne, warte, lass mal nochmal die da drüben fragen. So Leute, jetzt aber zum Abschluss. Sorry. Weil heute Halloween ist, verschenken wir Süßigkeiten. Wollt ihr was? Die letzten Süßigkeiten, komm. Die letzten. Gerne, gerne. Ciao, ciao. So Leute, ich würde sagen, das war einer der krankesten Motorvlogs, Alter. So Jungs, absolut geisteskrankes Video. Es hat richtig Spaß gemacht. Grüße hier raus an MrXD. Vielen Dank, dass du mir das Bike für das Video zur Verfügung gestellt hast. Schaut euch auch sein Video an. Ja, an der Stelle war es jetzt mit diesem geisteskrankten Video. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.